Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit der Mega-Tin der FIFA 365 Adrenalin XL 2019 Update Edition. Und damit seid recht herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video. Wir wollen uns heute die Mega-Tin zur aktuellen Update Edition der FIFA 365 Cards anschauen. Die habe ich mir, da es die Kollektion in Deutschland nicht gibt, in Polen besorgt. Wie der ein oder andere von euch vielleicht schon an den Worten hier oben auf der Box erkannt hat. In dieser Tin, die der normalen FIFA 365 Tin gleicht und nur mit so einer Banderole versehen ist, sind sechs Booster drin. Dazu vier Limited Edition Cards. Und so sieht das gutes Stück aus. Und jetzt versuchen wir mal die Banderole nur so abzuziehen. Das geht ganz gut. Und dann bleibt die normale FIFA 365 Tin übrig. Deren Deckel wir ganz leicht abheben können. Und dann sehen müssen, dass sich jemand mit dem Eintüten da anscheinend nicht ganz so viel Mühe gegeben hat. Wollen wir mal hoffen, dass noch alles ganz ist. Vor allen Dingen unsere Limited Edition Cards. Aber in dem Fall ein bisschen zu früh gefreut. Denn hier oben sieht man es an der Ecke. Sie haben schon wieder Deutsch was abbekommen. Und das für mich, wie ihr es in vergangenen Videos auch schon mitbekommen habt. Inzwischen eigentlich der größte Aufreger bei den Panini Produkten. Dass die Limited Edition Cards, an die man eigentlich am schwersten teilweise inzwischen rankommt. Dann immer noch zusätzlich solche Beschädigungen aufweisen. So, wir gucken uns die schnell an. Dann Christiano Ronaldo im Juve-Trikot. Unsere erste Limited Edition Cards. Dann haben wir noch David Alaba von den Bayern. Die dritte Limited Edition ist Joao Amaral. Und das ist eine der speziell in Polen erhältlichen Limited Edition Cards. Und die vierte, die wir haben, ist Rahim Sterling von Manchester City. So, das also unsere vier Limited Editions. Und jetzt holen wir mal unsere sechs Päckchen noch aus der Box. Und schauen wir mal, was wir da noch Gutes drin finden. Wir beginnen mit Alvaro Odriozola von Real, Tassiano von Gremio, Carlos Izquierdos von Boca Juniors, Moussa Diaby von Paris, Riyad Mahrez von Manchester City und unsere Special Card ist die Fans-Favorite-Karte von Mario Mandzukic. Päckchen Nummer 2 beginnt mit Thomas Delaney von Dortmund, Arthur von Barcelona, Leo Gomez von Gremio, Alexander Maximenko von Spartak und dann haben wir zum einen Philippe Luiz als Fans-Favorite und unsere zweite Special Card ist Karim Benzema als Winterstar-Power-Up-Karte. Und die wieder richtig schick geworden, wie auch schon die anderen Power-Up-Karts aus der normalen Kollektion. Weiter geht's mit Buse Nummer 3 und Alexandro von Juve, Renato Sanchez von den Bayern, Pepe Gremio, Arturo Vidal, Barcelona und auch hier dürfen wir uns wieder über zwei Special Cards freuen. Zum einen Arjen Robben als Fans-Favorite-Karte von den Bayern und dann haben wir noch Giorgio Chiellini als Captains-Karte von der Juve. So, nächster Buse beginnt mit Benjamin Mendy von Manchester City, Denzel Dumfries, PSV-Rodrigo, Bentacour von der Juve, Serge Gnabry von den Bayern, Simon Verdi von Neapel und Rossi Calderon von SSC Neapel. Also hier wieder nur eine Fans-Favorite-Karte enthalten. Und dann schauen wir mal, was die letzten beiden Booster noch bringen. Wir beginnen mit Dani Sipalos von Real, Nikola Maximowitsch Neapel, Alexander Lomovitski von Moskau, Simone Verdi Neapel und hier haben wir wieder zwei Special Cards. Zum einen Ivan Rakitic als Fans-Favorite von Barcelona und eine weitere Captains-Karte mit Maikon von Gremio. So, jetzt haben wir den Tisch eigentlich schon voll, aber noch einen Booster. Gucken, dass wir den noch unterbringen. Wir beginnen mit Sanif Sanif von Schalke, Kevin Prinz, Boateng in Barcelona, Santiago Arias, Atletico Pepe von Porto, Paco Alcácer, Dortmund und Jorrit Hendricks von PSV Eindhoven. So, den packen wir einfach mal hier mitten rein und dann haben wir schön übersichtlich im Bild, was alles in dieser Megatinten teilten war. Die ist mit vier Limited Edition Cards natürlich richtig gut bestückt. Wenn die allerdings, so wie im aktuellen Fall, alle beschädigt aus der Tin kommen, dann macht das nicht mehr so wirklich Spaß. Ansonsten bei den Special Cards aus den sechs Boostern, alles im Rahmen der zu erwartenden Verteilung mit den zwei Gold Karten, die ja in jedem dritten Booster enthalten sein sollen und der einen Power Up, die in jedem sechsten Booster ist. Die Megatinten aus dieser Update Edition, also ein richtig tolles Produkt, wenn, wie gesagt, nicht diese vier beschädigten Limited Edition Cards wären. Ich gehe mich darüber jetzt noch ein bisschen weiter aufregen. Ihr könnt in der Zwischenzeit gerne ein Like und ein Abo dalassen und dann würde ich mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Nee, mach's gut. Vielen Dank.